Hallo liebe Leute, hier ist wieder ein Video von OEA, mein Name ist Dr. Baxmann und guckt mal rein, was wir heute für euch vorbereitet haben. Viel Spaß! Und ihr wisst schon, was das heißt. Biegelbiegung, let's go, auf geht's, vamos! Heute die Extrusionsbiegung exemplarisch an den oberen Einsern. Wir greifen mit der Tweetsange zwischen Einser und Zweier ab, am 1725 Stahlbogen und die Zange hält, die Hand biegt, so wie wir es gewohnt sind. Genauso auf der anderen Seite, wieder eine Biegung vor, eine zurück, mit einer Aktivierung von einer Bogenstärke. So haben wir ein physiologisches Kraftsystem für jede weitere Aktivierung. Das war wieder ein Video von OEA, mein Name ist Dr. Baxmann, ich hoffe meine Videos helfen euch weiter, hinterlasst einen Daumen hoch und bis bald.